Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Heute reden wir nochmal über unsere aktuelle Situation bezüglich der beiden Testspiele, die absolviert worden sind und auch dem freien Wochenende für die Profis. Ansonsten gibt es schlechte Neuigkeiten rund um Assan Uedraogo, vielleicht gibt es dort doch eine schwerere Verletzung. Wir blicken nochmal ganz genau darauf, ob Karel Gerraths nun auch mit über die Wintertransfers entscheidet und wie vielleicht in Zukunft die Rolle von Peter Knebel, besser gesagt vom Sportforschen, aussehen kann. Alles und mehr haben wir hier heute bei den aktuellen S04 News. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen, das sollte aber hoffentlich trotzdem passen und ansonsten habt ihr es vielleicht gestern schon mitbekommen, es gibt von mir für euch einen weiteren Schalke-Kanal. Schalke Insight Clips liefert für euch nochmal mehr rund um das Thema Schalke 04. Hier auf Schalke Insight habt ihr ja jeden Tag die Daily News kompakt zusammengefasst und auf Schalke Insight Clips reden wir dann eben noch über aktuelle Themen etwas ausführlicher, beispielsweise einem neuen Sportforscher und da haben wir gestern mal auf mögliche Kandidaten geschaut. Also blickt gerne mal da rein und jetzt geht es hier los mit den aktuellen S04 News. Starten wir erstmal mit dem Blick zurück auf das gestrige Testspiel, denn das war ja am Ende ein 0 zu 0 gegen Maas Mechelen, ein Zweitligist aus Belgien und für uns war es ja das zweite Testspiel innerhalb von zwei Tagen und somit war natürlich schon vorher klar, es wird sehr viel rotiert. Am Ende stand ja auch eine komplett andere Startelf auf dem Platz mit Michael Langer im Tor, die Dreierkette aus Matriciani, Kaminski und Talabidi. Rechter Schienenspieler war Brunner, linker Schienenspieler war Becker, dann Dreierzentrales Mittelfeld mit Pöpperl, mit Tauer und Idrissi und die Doppelspitze waren dann Polter und Brian Lassem. Eingewechselt wurden dann noch Boboi zur Pause für Talabidi, Arno Bodem für Brunner, Müller für Becker sowie Kaperos für Pöpperl und das waren eben dann auch die Spieler, die zum Einsatz gekommen sind. Also man wusste schon im Vorhinein, es kommen auch einige junge Spieler zum Einsatz, fand ich aber auch durchaus mal ganz interessant und am Ende muss natürlich dann auch jeder das Spiel für sich selber einordnen. Ich habe schon nach dem Sieg gegen Eindhoven gesagt, dass man das jetzt auch nicht übertreiben sollte, das war eine B-Mannschaft von Eindhoven, das war ein solides Testspiel von uns und gestern war es defensiv sicherlich wieder okay, nach vorne gab es ein, zwei gute Gelegenheiten, viel mehr aber auch nicht und Karel Gerrads war trotzdem insgesamt zufrieden gegenüber der Watz. Das Wichtigste war, dass die Spieler 90 Minuten Spielzeit bekommen haben. Wir hatten gegen Eindhoven und Masmechel dann sechs, sieben, acht junge Spieler dabei. Sie haben viel gezeigt, ich habe gerne die Eindrücke, wie die jungen Spieler sich machen und sie haben es gut gemacht und das ist sicherlich dann erstmal wirklich positiv anzumerken. André Echelmann hat auch nochmal den Test-Doppelpack zusammengefasst. Das war der Wunsch von Karel Gerrads, dass wir zwei Spiele in Folge gegen Mannschaften machen, die eine gute Intensität auf den Platz bringen. Wir haben zweimal zu Null gespielt und defensive Stabilität gezeigt. Und ja, die hat Schalke auch sicherlich gezeigt, viel mehr aber halt dann auch nicht. Auch in den beiden Testspielen konnte man sicherlich wieder einiges sehen, vor allem auch offensiv, da ist einfach noch extrem viel Arbeit. Heute steht für unsere Mannschaft auch nochmal Arbeit auf dem Programm, denn Karel Gerrads hat für seine Mannschaft eine knackige, harte Laufeinheit eingeplant und das auch nochmal erklärt bezüglich auch dessen, dass danach für unsere Spieler ein freies Wochenende wartet. Wir werden ein intensives Laufprogramm durchführen. Samstag und Sonntag können die Spieler etwas mit ihren Freunden oder mit der Familie unternehmen und dabei etwas vom Fußball abschalten. Auch das ist wichtig. Am Montag sehen wir uns dann hier wieder. Und André Hechelmann hat das auch nochmal weiter erklärt. Es ist wichtig, auch mal abzuschalten und sich die Frische wieder zu holen. Druck ist bei uns immer da und in einer prekären Situation aktuell sicherlich noch etwas mehr. Und deswegen für mich auch vollkommen logisch, dass unsere Spieler jetzt Samstag und Sonntag frei haben. Das ist ja auch eine ganz normale Maßnahme während einer Länderspielpause. Am Ende wird es auf jeden Fall dann spannend, wie die Vorbereitung läuft auf das wichtige Auswärtsspiel bei Düsseldorf. Und doch heute diese harte, knackige Laufeinheit, die kann sicherlich nicht schaden. Diese Laufeinheit könnte Asan Oedraogo sicherlich nicht mitmachen, wenn er auf Schalke wäre. Aktuell ist er ja noch in Indonesien und dort gab es ja gestern schlechte Neuigkeiten. Denn Oedraogo wurde ja im ersten U17-WM-Spiel eingewechselt. Im zweiten stand er dann in der Startelf. Und genau da wurde er böse gefoult und hat sich am Knöchel verletzt. Zunächst gab es gestern, auch während unseres Testspiels, Entwarnung. Bei ersten Untersuchungen des DFB wurde keine schlimme Verletzung festgestellt. Und diesen Stand hat er eben auch dann Schalke mitgeteilt. Allerdings war die Problematik, dass Oedraogo auch weiterhin gestern Schmerzen hatte. Und deswegen gab es vom DFB aus nochmal eine weitere Untersuchung. Diesmal mit Lichtbild. Und das Ergebnis lautet, Oedraogo hat nun doch eine Sprunggelenksverletzung und reißt deswegen auch von der U17-WM ab. Es wurde nun gesagt, es wurde ein Band am rechten Sprunggelenk beschädigt. Das ist die offizielle Aussage vom DFB. Vielmehr aber halt noch nicht. Da gab es natürlich was Kritik dran an der Kommunikation seitens des DFB. Warum man dort nicht mal eine klare Diagnose stellen kann. Umso wichtiger wird es natürlich nun auch aus Schalkersicht sein, Oedraogo zurückzuholen. Und dann wird er in Gelsenkirchen auch nochmal untersucht. Diese Untersuchungen stehen auf jeden Fall ganz klar auf dem Programm. Sonntag geht es für Oedraogo dann zurück Richtung Deutschland. Und da ergreift auch Schalke entsprechende Maßnahmen, damit Oedraogo nicht alleine reisen muss. Das hat auch Hechelmann nochmal gesagt. Wir würden uns darum sorgen und kümmern. Der Junge ist 17 Jahre alt. Wir haben eine Verantwortung. Und deswegen ist für mich auch vollkommen logisch, ein solcher junger Spieler, ein junger Kerl muss jetzt auch nicht diesen, ich weiß gar nicht wie lange es geht, 10 Stunden Flug oder was auch immer von Indonesien alleine machen. Das sollten aber auch logischerweise der DFB Leute haben, die das machen. Wäre ja schon irgendwie verrückt, wenn Schalke jetzt es ein nach Indonesien schickt, der dann mit Oedraogo zurückfliegt. Normalerweise sollte es ja dort auch Leute vom DFB geben, die dafür angestellt sind. Also da muss man dann sicherlich auch nochmal gucken. Generell gab es ja auch bei Oedraogo Diskussionen darüber, vor allem auch in den sozialen Netzwerken, warum er denn für Schalke nicht mehr spielen konnte und dann auf einmal dann doch beim DFB im ersten Gruppenspiel eingewechselt worden ist. Auch dazu hat sich Hechelmann nochmal geäußert, was ich auch vollkommen richtig so finde. Assan wollte sowohl gegen Nürnberg als auch gegen Elversberg spielen, aber die subjektive Wahrnehmung war so, dass es nicht ging. Assan ist ein ganz feiner, sauberer Junge. Er würde so nicht denken, dass er sich schont und dann für den DFB spielen kann. Und wer das auch ernsthaft in den Raum gestellt hat, da muss ich wirklich den Kopf schütteln. Wir reden hier über einen 17-jährigen Spieler, der ohnehin schon so viel Bürde hat, so viel Druck hat, weil alle sagen, ja an ihm hängt Schalkes komplettes Offensivspiel. Er muss spielen, er muss immer spielen, Schalke braucht ihn. Und U17 WM dürfte er nicht mitspielen, weil es auf Schalke wichtiger ist. Und dann wird er noch dafür kritisiert, dass er dann doch fit ist, zwei Tage nach dem Elversberg-Spiel für einen Kurzeinsatz. Also das fand ich eben auch wirklich übertrieben. Herr Hechelmann hat auch nochmal gesagt, ja, bevor eben auch diese genaue Diagnose bekannt gegeben wurde, was Uedra Ogo selber zur Verletzung gesagt hat. Assan hat geschrieben, dass er einen Tritt abbekommen und starke Schmerzen hat, aber so weit geht es ihm gut. Die Schmerzen kann man behandeln. Es war eine Vorheitsmaßnahme seitens des DFB, ihn rauszunehmen. Ich habe das Video noch einmal angeguckt, aber wie gesagt, nun ist eben klar, es ist eine schwerere Verletzung. Es ist eine Sprunggelenksverletzung und je nachdem, wie kaputt dann das tatsächlich ist, droht möglicherweise auch ein längerer Ausfall. Das ist natürlich jetzt noch reine Spekulation. Sprunggelenk ist aber eine relativ schwierige Sache und deswegen könnte es auch sein, dass Uedra Ogo uns vielleicht ein, zwei, drei oder mehrere Wochen fehlen wird. Auch das ist nicht auszuschließen. Jetzt heißt es für ihn erstmal vernünftig zurückreisen nach Deutschland. Am Sonntag wird er zurückgewartet und dann gibt es eben auch hier in Deutschland, in Gelsenkirchen, nochmal weitere Untersuchungen. Und dann haben wir natürlich auch nochmal das ganze Thema Peter Knebel, Sportvorstand, Wintertransfers. Wer plant das jetzt? Wer hat dort die Verantwortung? Wer darf entscheiden? Und dort ist sicherlich auch die Thematik da. Hat Karel Gerrads möglicherweise mehr Macht als Thomas Reis zuvor? Entscheidet er mit über Wintertransfers? Und da gab es ja nun auch durchaus interessante Aussagen zu. Denn ja, Karel Gerrads entscheidet mit über Wintertransfers. Denn er plant zusammen mit Hechelmann den ganzen Januar. Er plant zusammen mit ihm, welche Spieler können gehen? Welche Spieler sollen kommen? Was soll dort auf jeden Fall passieren? Und da wurde auf jeden Fall nochmal betont, ja, Karel Gerrads darf ausdrücklich mitbestimmen. Und beispielsweise hatte einen so großen Einfluss auf die Kaderplanung Thomas Reis nicht. Er hat sich ja einige Spieler gewünscht. Er hat seine Spieler allerdings nicht bekommen. Und musste eben dann sozusagen das nehmen, was ihm andere Hechelmann eingekauft hat. Bei Karel Gerrads ist das nun auf jeden Fall ein bisschen anders. Klar ist aber natürlich auch, es ist auf jeden Fall so, dass die Kritik an Hechelmann auch intern gestiegen ist nach dem schmachen Sommertransferfenster. Und für Karel Gerrads ist natürlich auch klar, das Transferbudget ist nicht allzu hoch. Das wurde auch jetzt nochmal relativ klar betont. Schalke hat nicht viel Geld, obwohl wir ja im Sommer so viel verkauft haben und eigentlich das Geld aufteilen wollten. Ist anscheinend auch für den Winter kaum etwas da. Am Ende ist auf jeden Fall klar, dass diese ganze Geschichte Wintertransfers ein Zusammenspiel sein wird aus Hechelmann und Karel Gerrads. Hechelmann hat das auch nochmal, ja, bei Schalke selber zusammengefasst. Auf der inhaltlichen Ebene geht es zunächst darum, wie wir die nächsten vier Spiele möglichst erfolgreich bestreiten und über dem Strich überwintern. Karel und ich werden vorangehen. Unsere Fans haben es verdient, dass wir das Maximale aus der Saison herausholen. Deswegen geht es natürlich jetzt erstmal rein ums Sportliche. Aber parallel werden natürlich Hechelmann und Gerrads zusammen natürlich auch den Kader planen. Und natürlich ist dann auch auf der einen Seite es gut, dass Karre Gerrads hier mit im Boot ist. Denn er hat natürlich ein klares System. Er hat klare Vorstellungen. Er weiß, welche Spieler er braucht. Und es ist auch sicherlich nicht verkehrt, dass Hechelmann hier nicht alles komplett alleine entscheidet. Auf der anderen Seite, und auch das haben wir natürlich auf Schalke immer schon wieder erlebt, holen dann eben die Sportdirektoren bestimmte Spieler für System XY von dem bestimmten Trainer. Wenn es dann neue Trainer gibt, kann er damit nichts anfangen. Aber gut, mit Karel Gerrads plant man ja ohnehin langfristig. Wäre sicherlich wünschenswert, wenn er auch mal wieder ein Trainer ist, der über mehrere Jahre oder vielleicht mal länger als ein, anderthalb Jahre bleiben darf. Und dann ist es natürlich auch nicht verkehrt, wenn er beim Wintertransfers mitentscheiden wird. So ist dort auf jeden Fall jetzt erstmal grundsätzlich die Planung. Und somit ist natürlich auch klar, dass Peter Knebel genau bei diesem Transferthema nicht ganz so eingebunden sein wird. Klar, er wird dann erstmal noch offiziell, wenn er noch im Amt ist, die Unterschriften setzen. Viel mehr aber eben dann auch nicht. Und grundsätzlich gibt es natürlich dann bei dieser Sportvorstand-Debatte die Frage, gibt es denn überhaupt bei Schalke diese Position bald noch? Denn Axel Hefer hat ja auch im Zuge des Abschiedes oder dieser Abschiedsmeldung von Peter Knebel klargemacht, dass es ja trotzdem diese ausführliche Analyse der sportlichen Leitung geben soll, um zu erkennen, was schiefgelaufen ist. Und daraus wird man eben dann Schlüsse ziehen über die weitere Zusammenstellung der Mitarbeiterposten. Und da finde ich es dann wirklich schon interessant, dass ja durchaus auch mit einbezogen wird, dass es vielleicht diesen Posten vom Sportvorstand gar nicht mehr geben wird. Das wäre ja auch durchaus möglich, denn wenn Matthias Tillmann am 1. Januar anfängt, wäre unser Vorstand auch ohne Peter Knebel, sprich ohne Sportvorstand, beschlussfähig mit Vorstand Finanzen und eben dann mit Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann. Und somit bräuchte man rein von der Satzung her, rein von den Entscheidungen her, ja keinen Sportvorstand. Und Axel Hever hat ja auch nochmal klargemacht, dass das auch durchaus eine Option ist, dass man das analysieren wird, diese Struktur zu verändern. Das haben auch alle Medien, wie die Bild, die Watz, auch nochmal ganz klar bestätigt, dass das auf jeden Fall eine Überlegung ist. Und da ist natürlich dann die Thematik durchaus gegeben, wenn man das so entscheiden würde, dann hätte natürlich zum einen Sportdirektor André Hegelmann im sportlichen Bereich erstmal den Hut auf und sein Direktor Vorgesetzter wäre dann, was Entscheidungen angeht, Matthias Tillmann. Sprich, wir hätten dann in dieser ganzen Geschichte nochmal mehr Macht für Axel Hever als Aufsichtsrat-Boss und sein CEO Matthias Tillmann ohne jegliche sportliche Kompetenz. Und deswegen kann ich es nicht verstehen, dass dieser Gedankengang überhaupt da ist. Klar, ich kann es verstehen, weil es wäre eben dann mehr Macht für Tillmann und Hever. Wenn man aber mal ganz sachlich drauf schaut, dann brauchen wir so viel sportliche Kompetenz, wie es nur geht. Wir brauchen fußballerische Erfahrung, wir brauchen Qualität in diesen Positionen. Und wenn man es dann komplett ohne machen wollen würde, nur damit XY mehr Macht bekommt, finde ich, ist dann schon sehr gewagt. Deswegen hoffe ich stark darauf, dass wir einen neuen Sportvorstand kriegen. Wie gesagt, ich habe ja auch gestern auf Schalke Inside Clips dazu ein Video gemacht, wer passen könnte, welche Kandidaten es dort realistischerweise gibt. Und für mich ist es keine Option, diesen Posten nicht zu besetzen. Natürlich hängt es auch dann davon ab, wann man diesen Posten überhaupt besetzen will, besetzen kann. Denn auch ein vorzeitiger Abschied von Peter Knebel ist nicht ausgeschlossen. Laut Kicker wäre das wohl auch eher branchenüblich. Klar, wenn Schalke dann vielleicht eben auch einen neuen Sportvorstand findet und der dann in den nächsten Wochen schon beginnen könnte, wäre es natürlich auch logisch, sich vorzeitig mit Peter Knebel vielleicht auch für Vertragsauflösung zu einigen, wäre vielleicht dann auch für alle Seiten passend. Aber noch einmal, meiner Meinung nach braucht es auf jeden Fall einen neuen Sportvorstand. Und somit sind das die aktuellen S04 News des Tages. Schaut gerne mal auf Schalke Inside Clips vorbei. Da werden in den nächsten Tagen auch noch weitere Analysen kommen, unter anderem zu den auslaufenden Verträgen oder auch mal zum möglichen neuen Startelf von Karre Gerraths durch die Erkenntnisse aus den beiden Testspielen. Ansonsten könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen Daily News in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.